Ich denke, es wird Morgana-Support. Ja, ich denke auch von auch. Serhat wäre auf jeden Fall noch gut für die... Oh! Morgana, bitte. Dann hätte ich jetzt gar nicht recht, dass das einer spielt. Aber Blitzcrank ist vielleicht was anderes. Ich glaube, ganz ehrlich. Wer? Placeholder, yo. Kann ein Blitzcrank ein Placeholder sein? Jetzt ist Blitzcrank. Ja, ist ja okay. Gut, die haben wir direkt danach gesagt, also. Ja, war schön. Aber dann hätte ich wahrscheinlich intelligenterweise nicht Blitzcrank, sondern Timo gespickt oder so. Irgendwas richtig Dummes. Aber ja, ist ja auch Wurst. Ich glaube, wir hatten einfach keine Zeit mehr. Dann haben wir uns Zeit rauskollt. Ja, ja. So wie wir. Preseason Challenger XD. XDDDDD. Jetzt bin ich gespannt, ey. Ich bin H-R-N-S-H-N. Ich bin fucking A. Only A's. A-A. 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 Sars. Bann Sars, bitte. Hey, die war mir nach. Bann Surs. Nein, ich bin A. Sars. A-A. du hältst die fresse konzulieren und jetzt pick ich können wir dazu okay wie lass mal ein bisschen das game quatschen weil die haben halt jetzt mit xer hat auch extremen pop ja mit jahren hat den stecken und wir haben system mit nami die guten geld zuerst das ist wieder so ein klassisches sehr zuerst ein geld gewinnt hat also ich hab schon ich kann die war sogar zerbrechen von japan und ich bin tot das kannst du wirklich viel okay aber wie also in teamfights wird an der kärfe und bei den xerad ficken die nagest dann springt er mit s bahn oder wir können auch einfach für johnny ist quasi gehen und so wir müssen halt so hart lange die haben einen guten pokker aber unser pokker hat noch mehr range als der pokker wartet mal wenn kevin mit ordnung jemanden markt und johnny trifft dann hält das ding vier sekunden sieben jahre glaube ich ewigkeit der macht nie wieder auf ich warte doch im frieden sich da hat sich neu einmal hier wir für exhaust das game war das doch ein röschen ja ja okay gut ich dachte gerade der witz kommt nicht weil das falsch war warte mal warte mal der war einfach so scheiße meinst du die morgana spielt mit ignite wahrscheinlich ne oder gegen ringer was ist wenn wir hier hier gehen die frage ob die feld die geht aber wenn eine morgana trifft sind wir halt gut gewünscht einfach keine morgana kannst kannst mit das macht bang by the way immer wenn ich in die ich hatte auch mal eine phase im tag vom tagen wo ich nur die region gespielt und bang hat immer mit schuhen angefangen ja ich dachte jetzt auch mit hier ich habe ich hundertprozentig mit schuhen ja gestern übel schnell für die drei jahre gegen das team auf jeden fall genau deshalb wenn morgana nicht trifft gewinnt den trades auch wenn ich keine items habe so und mit dreier boots ist halt die chance dass die deutsche ziemlich hoch und auch sustain und so ist echt strange ich habe keine ahnung was ist los johnny ich verstehe warum xer das match gewinnen sollte so also ich verstehe es nicht ja hoffentlich nicht so ich denke mir die ganze zeit so ich kann das nur gewinnen der kann dich halt auf längere range poken als zu ihm das ist das was ich halt gesagt habe ja ja du du scheinst ja auch recht zu haben aber ich werde es halt jetzt erleben und ich habe richtig angst dass ich hier richtig kopf in den reingehe und das so zehn minuten zur feststellung jungs das ist unlanebar ich gehe nach hause und deswegen gehe ich gerade alle alle möglichen trades durch so ich denke mir einfach so ich glaube es wird halt nicht zu trades kommen ich glaube er wird dich einfach mit q poken und du ihn nicht das ist glaube ich das größte problem dann stehst du einfach nicht in der wave und push die wave ja ja ich gebe mein bestes jungs ich werde hier dann die sicken es überwände auf seine ulte eben also eben im game wenn ich nicht die ne wenn wenn ich da nicht zwei mal ein gang abgeholt worden wäre in den teamfights fick ich die alle weg ja also ich denke unsere kommen ist echt nicht verkehrt den aber auch nicht also aufpassen die haben halt echt nicht drum gegraftet dieses game ja das mit dem organer pick war surprising vor allem war es echt dumm von und so weil wir haben vorher am organer gebannt weil das so viel spielt und also ohne können picken ich kann schreiben aber nach der pause wird das nix jetzt wenn der jetzt remake machen will wegen sein elektro cute xeraf dann sag ich nur ne das hat doch gar kein elektro cute xeraf doch der hat elektro cute nein der hat komet elektro cute bei mir hat der elektro cute bei mir hat der elektro cute ich sehe es gerade gar nicht wenn ich tap drücke es sah so ein bisschen so aus sie ist bläubig doch du hast recht es geht so ein bisschen runter weil das so in der pause ist dachte ich in der pause sieht es echt aus wie elektro cute wenn man nicht genau hinguckt dass das rot wird so ich verstehe es nicht das ist nicht aftershock xeraf das ist nicht alter war mal schwer da gibt es auch immer aftershock zum trinken ok kutscher du kommst jetzt näher ran ich habe gerade gesagt war das schon mal in bulgarien da gibt es aftershock zum trinken ist mir egal das ist einfach nur so näher ran toll insane haben die irgendwas geschrieben? die haben doch nicht mal was geschrieben gerade oder? nur das war freundlich nach einer minute so ey was ist da los? hallo eine minute ja warum nein ach mann unlucky du bist echt immer noch dieses ich willst doch nur wissen du bist immer noch der raufbold ich bin einfach nur Legspike ah Jungs der DDoS fruchtet ich wollte doch nur wissen was der nützt bei euch ne 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 das ist der Hitzkopf unter uns enter drücken ist jetzt toxic Leute so ok aber ich habe eben auch xd geschrieben also ja stimmt das wär echt sind wir ready ich mach jetzt ne ist Sola an seinem PC gerade? ne ne das hört sich nicht so an Niko Sola Niki Sola Niki ist das dem sein Ernst? Niki jetzt gehts los komm ran hier so Leute jetzt ficken wir die weg und dann können wir in die BM jawoll so richtig schlechte Gewinner ha 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 weißt du so das wissen die schon wieder so deep pausen so lass kurz weg und nach 5 Sekunden schreiben die 2 mal hintereinander schon ready? mit so einem richtig triggerten smiley aber warte mal der smiley kann auch nicht gemeint sein ne alter ok warum ist hier keiner da bist du ja gut du bist da jetzt ja komm mal her kutcher ich will die nicht bleiben die sind hier ich bin dead hm hätte ich nicht um ehrlich zu sein nichts gegen machen können die haben von hier unten gemacht und dann cute die haben wahrscheinlich Schilden erworben sollen und rausgehen sollen gegen die kommen ja we got this ist ja nur der Xerath mit David Urans mein gott das boys so ich hab meine aufgabe ich sollte in den Busch rein super wenn ich da halt flashe dann werde ich Level 2 wenn wir Level 2 gegen sind ja alles gut Jarvan Red aber Jim sagt this needs more SARS ok jetzt übertreibst du es ne first bot für Mitländer ok aber sag ich hab das gemacht was du wolltest mein lieber halt doch dein Maul alles gut das versuchen hat schon wieder können alles gut ich hab die Schuhe gekauft damit ich noch besser die Skishes reinlaufen ich hab die Schuhe gekauft damit ich noch besser die Skishes reinlaufen also Dings Red war starten nice ja das heißt oder Level 2 oder Level 2 Mitte Gang schon mit Red könnte auch sein ja wobei dann wär der schon da wahrscheinlich dann will aufpassen wir können das mal testen ja er kann auch theoretisch äh Bluboffnung holen Level 2 machen botte ja fast botning Gang jetzt wirft der Anakil wieder mit Fachbegriffen um sich jetzt wirft der Anakil wieder mit Fachbegriffen um sich Fachbegriffen äh ich gank nicht early bot ihr müsst einfach aufpassen ja Jarvan Mitte ja Jarvan Mitte ja ja der war hier ja 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 ich push halt die ganze Zeit an den Töten Reset dich jetzt Jarvan Jarvan j�� luul H anthem Hast du Nein sehr schön, gut Job Javi ARNi was benutzen bitte? Er Flash Jarvan hab ich geträumt oh der wollte dich aber richtig haben Ja, das erste Game war ja schon so genau so in der Nummer. Ich bock auf meinen Arsch. Ich hab noch ein bisschen Angst, dass wir den Botland Tower ziemlich ehrlich verlieren, wenn das so weitergeht. Geht, ja. Die kriegen halt immer Push, aber die können nicht mehr. Ich glaube, sobald die den Turd angreifen, sind die halt ein bisschen in Gefahr, so. Ja, ja. Outpushen können wir die halt unmöglich, aber ich glaube, sobald wir die theoretisch contesten können, nehmen wir den Turd. Ja, Pre-6 wird's schwer für mich unten zu ganken. Ja, die Ways sind halt super viel Mana, so. Die wollen halt early back für die Träne, das jetzt. Du musst mal hier fischen holen gehen, oder? Ja, die Back-Bot. Der Bot-Gip-Best hat der Träne. Kann sogar sein, dass er Sheen rusht. Willst du hier bitte? Hat der Sums? Ja. Das sieht man halt auspushen, hier. Sollt, dass wir die Dings nehmen. Oh, Javan da. Alter, da wird richtig Bock, der Junge. Der Moven wieder im Bot-Side-Jungle. Ja, die freest schon wieder. Der ist nur im Bot-Side-Jungle, der Du. Das macht sie jedes Mal, guck mal, guck mal, die können wir noch. Äh, Javan kann ein Try sein, ne? Oh, Mann, ey. Hier ist das, hier war Javan. Egal, ich krieg die ganze Zeit seinen Jungle. Ja, wir werden jetzt wahrscheinlich relativ viel verlieren. Die wird mich noch mal antwerpen. Die freesen gar nicht, fuck. Aber geht auch der Prisus. Boah, ist das eklig. Aber müssen wir mitleben. Ja. Ich höre den. Der hat Mana für ein... Ei. Ein W. Boah, ich werde wahrscheinlich zwei Races verpassen. Bin er abgebrochen? Asse? Flash? Oh, nice. Good job, guys. Nice. Mein TP, Alter. Beide, das war ja jetzt. Iwana wird wahrscheinlich hier oder hier. Ich glaub, wie wird er restarted sein, oder? Lucie. Hier ist wieder Javan. Javan, immer noch hier. Geht wieder Botlin, geht Botlin, geht Botlin, pass auf. Javan übern Try. Boah, das ist ziemlich kacke, was wir jetzt nicht pushen können. Aber es wird ja zu euch so pushen jetzt. Also pass auf. Ich hab 12 CS verloren durch den Freeze. Darf ich noch mal ein Ding geistern? Darf ich noch mal ein Ding geistern? Könnt sein jetzt hart bleiben wollen, aber es wird super risky für dich. Ich hab auch noch Exhausten gesucht. Ich glaub auch mal, wenn die Morgana Q nicht trifft, dann nicht. Du hast die Piranha mit Ulti? Wir können unten was forfen. Wir werden dem Ort gleich. Ja, genau. Adi Summoners oder so? Ja, wir haben alles. Pass auf wegen Javan, ne? Ja, ja. Mit kleines Haar von da, kein Clans mehr. Mein Gott, fühlt sich an wie eine Wohnung, wüsstest du da in hier. Ja. Wir sind im Break. Javan kann aber immer sagen. Die Morgana Super Low, ja, 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 ja. Morgana Super Low. Ich brauch die Pete. Oh, wow, den Javan. Ich hab den big set interrupted. Das war ein übelst guter Bett von denen, wo ich schon. Das war fucking insane, dass der echt dahinter steht. Ich hab richtig krank von denen. Ich hab richtig krank von denen. Machen die jetzt noch nicht wahrscheinlich. Ja, die machen. Ja, wir sind jetzt dann lieber zu. Äh, nur zu. Alter, dass sie den echter durchziehen. Oh, die machen so Whisky Calls eigentlich. Aber irgendwie, die den shit echt gut. Okay, ich hab mittlerweile wieder keinen Mana mehr. Ich bräuchte ja einen entspannten Recurl oder so. Mach mal, lass sie nicht gleich noch von der Seite kommen. Ja, ich kann ja auch Blue Waffen machen theoretisch. Wär natürlich auch eine Lösung. Nächster ist ein Auto-Grey. Ist gepinkt. Ich mach noch meine Dings kurz. Ja, ist okay. Ich hab kein Watt-Voggle. Andererseits bräuch ich eh weg, glaub ich. Ist noch ein Pink. Ich mach jetzt Blue. So, wann muss ich kommen? Kannst mich callen? Ich muss auf die Link rücken leider. Kannst die Welf noch nehmen. Okay. Jetzt kannst du kommen. So, dann haben wir noch. Was solltest du? Du musst blocken, du musst blocken. Xerat miss. Mauke, ist das für einen TP? Nein. Doch, der hat schon wieder ab. Du hast, du hast auch interrupted vorhin. Hat er am Tor mit Tim. Jarvan am Red gewesen. Xerat miss. Hat dann zweieinhalb Minuten. Es wird keine Ult und dann mehr viel Mana. Hast gehört Kevin? Jarvan war topside. Okay, Xerat war base. Der ist wieder da. Für Boulderboost Jarvan. Also für Warrior. Aber ich hab nichts ab. Ich hab nichts ab. Oh Mann. Das Schalt trotz 3erboost nix eh. Wenn wir die Bubble rauskriegen, dann ult ich. Also Botlane werden wir komplett reingepushert die ganze Zeit. Kinko ist jetzt auch weg. Wir können jetzt auch Botgedive werden jederzeit. Die wissen, dass ich am Red bin. Die Banken. Dann kannst du jetzt die gleiche Scheiße halt wieder machen. Jetzt passt die wirklich weg. Sieht so aus, als wäre Jarvan war im Blue. Aber es kann auch ein Bait sein. Ich bin hin. Ich hab's übergeben. Lass weg, lass weg, lass weg. Lass die nicht noch weiter pushen. Ich hab den Turret auch schon bei dem. Ich hab die E-Gradivision noch. Bei den Obenkippen wäre das super gut. Weil irgendwann werden die den Botlane einfach forcen. Ja. Also Botlane in der Tower ist noch fein. 2v2 läuft. Aber der ist halt auch relativ schnell weg, wenn du jetzt einmal bleiben. Ich krieg zu viele Spell zu zerstören. Es wird sehr schwer. Ich hab auch gleich Ulti. Ich hab auch gleich Ulti. Ich hab kurz keine Pressure, aber gleich wieder. Halt es gibt es doch gar nicht. Mein Gott. Ich bin jetzt unten. Der Jobli hier. Ich hab leider noch kein Level 6. Wir müssen unten. Wir sind komplett tot. Kannst du tippen jetzt schon? Jetzt, 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 jetzt. Komme. Wir können hier drauf. Ich hab an 5 Sekunden Tippi. Ich hab sie. Ich hab sie im Jarven gekriegt. Ich hab Ulti noch. Aber da geht nichts, oder? Ne, ne. Pass auf, dass du nicht stirbst. Oh schön. Der ist gesleeved. Na ja, komm rein. Den ist raus. Ich bin halt mega behind. Ich wird nur CC-Bot sein. Alles gut. Alles gut. Geh wieder mit, Tor. Kann ich noch Recall? Ich hätte Ulti. Ich kann hier mal. Ich komm nicht mehr ran zu dürfen. Hier ist Recall dann auch. Na, ich bin plötzlich. Kannst du Freezen, ne? Ne, ne. Freezen war so risky. Macht nicht so viel Sinn. Oben noch 1000 HP. Ich könnte jetzt Top ziehen. Xerd muss ja eine Wave treffen. Ja, kannst machen, kannst machen. Oh, ne. Nevermind. Fuck it ey, Mann. Ach. Sind noch nicht weggegangen. Javan ist topset gemoved, so wie es aussieht. Ja. Ich kann den Top holen, aber. Ich weiß, den Top holen? Der ist über low. Ah, ne. Ich glaube, man muss mit auf dürfen. Oh, Javan hier. Können wir gar nicht mal testen. Können wir gar nicht mal testen. Einfach. Er steht draußen. Oder er ist so schön weggegangen. Ist der Dämmung. Ja, da war schon zwei Kielzer. Ja, Freezen muss noch hinterher bringen. Willst du mit jetzt mit ult.com? Muss noch Leben breaken. Das wird schon mal an haben. Der macht das deutsche Dämmung schließlich. Wir haben da an der Seite nochmal hier. Okay. Ich hab halt ult ab. Wir müssen halt. Wir gehen mit Fickern leben. Den einen nimmt's Leap. Den anderen fick ich so. Schön, schön, schön. Ich lauf auch hoch. Ich lauf auch hoch. Nice. Bitte fick ihn. Ja, Mann, ey. Die kleinen Ficker, ey. Ich befreu dich. Holy shit, Mann. Hast du das gesehen? Ja. Können wir hier unten? Ja, ich komme. Ich habe ult. Ich habe ult. Ich habe ult. Ich komme. Ich bin nicht im Range. Ich kann nichts machen. Nice. Nice. Maokai kommt noch. Maokai kommt noch. Maokai kommt noch. Raus, 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 raus. Noch ein Heal gezogen. Flash ist auch raus. Es wird auch geflasht. Das ist noch ein Maokai irgendwo. Sehr, sehr schön. Diese kleinen Ficker mit ihren ganzen Midlane Gangs, ne? Und Xerah hat kein Flash jetzt. Wir sollten gerade nichts forcen, glaube ich. Die sind fresh hot in der Base. Wir können den Drake lassen theoretisch, glaube ich. Ja, das ist noch Ocean. Das ist noch Ocean Drake. Jetzt ist Time to Waste und ist gut für uns. Maokai ist half. Ich werde Top-Tum kriegen. Maokai ist immer noch hier. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kannst du jetzt Drake machen, ne? Ja, ist okay, ist okay. Der ist nicht richtig. Drakeford Tower ist super fein für uns. Ich habe jetzt Ghostblade. Ich bin halt knapp 1000 Gold vorne. Reset jetzt auch. Die sind immer noch da. Ja, die wohnen jetzt. War der TP noch ab der Maokai? Ja, hat jetzt. Hat er dann hochTP'n? Wird er wahrscheinlich nicht. Aber ich kriege ihn so oder so. Weil er kann mich nicht. Ich kann das einfach facetank. Ja, TP'n. Aber er ist low, er ist low. Er ist 50 Prozent. Ich kann auch direkt hochkommen mit Ulti 20. Wenn die unten safe state. Die wollen tier staten oder so, Lola. Ja, ja, ja. Xer, das misc. Ah, ist re. Hat der Maokai Sums? Ja. Ja, und ist tier. Der ist noch nicht back. Warum sehen wir den? War das die Pflanze? Die wollen, wann die diven? Ja, Flash. Wenn die wir diven wollen, geht weg. Ja, die werden mit Xerat. Nee, nee, der ist hier. Du kannst den Xerat nicht contesten jetzt, oder? Wenn der kommt? Doch, doch. Aber. Wir diven top, wir diven top. Der kommt jetzt hier. Komm mal. Ja, ja, die sind hier, die sind hier. Aber es sollte fein sein. Die kriegen den Töten nicht, die kriegen den Töten nicht. Ich hab den Xerat. Ich hab den Xerat. Der ist halt nicht geklappt. Ich hab den Xerat. Good job, Johnny. Die sind super Low-Bots. Die haben alle Flashes raus. Der hat keinen Flash. Oh nice. Wollen wir weiter bashen? Der hat keinen TP. Ja, können wir machen. Der wird wahrscheinlich jeder laufen. Oh man ey. Ich hab mega viel Delay, das ist mega gut trotzdem. Weiß ich. Ja, ich bald shopper. Ja, wir kriegen Tower T2. Ich glaub schon, dass das wirklich ist. Okay, nice. Oh, das Game. Ich hätte nicht für den Minion gehen dürfen. Hätte ich das vielleicht sogar überlebt. Red ist noch von denen ab. Wenn ich nicht die Java 0 flashen kann, bin ich halt komplett am Arsch gegen den Comp. Danach können wir auch noch Harald, ja. Ich hätte meine Bubble nicht raushauen dürfen. Ne, das war nur mein Bad. Das war nur mein Bad. Ich wollte den Minion queuen, um die Wave zu clear. Ich hab TP. 15 Sekunden. Hätte ich den EQ nicht flashen können, könnte ich aus Java 0 rausflashen können, und alles wäre frei gewesen. Werden Netslanes hoppen? Auch kein Wettbewerb. Wir machen gar keinen Sinn. Dann können wir diven, ne? Der hat gar keine Armour, der Java. War das wiederholt? Wir haben das auch noch oben. Ich wollte mal irgendwas. Äh, 15. Wer wird tötet? Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Mauke ist müssen, ne? Der könnte auch oben sein. Ja, man ist hier. Ja, man ist hier. Geht aber unten. Geht einfach raus. Oh, fuck. Hast du den auch wieder wenigstens? Wow. Yeah. Ich hab's jetzt unten. Ich hab's doch. Okay. Alter, ich Idiot hab grad meine Q und ich hab meine W gemacht. Jetzt wär ich halt easy escape. Willst du Bot gehen? Hier war noch Morgana. Hier war noch Morgana. Kannst du auf Snare auf. Gehst du da einen Bot, oder? Jo, ja. Ne, eigentlich brauchen wir nicht. Können wir da spielen. Ja, mach mal. Ich hab auch ult. Okay, passt auf. Mauke kommt. Mauke kommt. Mauke kommt von hier unten. Nächstes ist übrigens in der Fall. TP Top. Der ist jetzt halt ultrafett, ne? Er muss auch passen. Wenn der Muramana hat, dann macht der lächerlich viel Damage grad. Wohl, wir können auch mit der Forsten theoretisch mit meinem Herold. Ich könnte für einen Black Fever grade Power farmen. Dann bin ich relativ strong. Ich bin auch so schon relativ strong eigentlich. Gehst du danach für Dorakta? Oder hast du so'n tanky Ding? Ich geh so'n tanky Ding, glaub ich. Ist besser in dem Game. Warte. Ich geh Fixed Base. Willst du es Titan oder willst du wieder mit dir tun? Weiß es nicht. Ich würde am liebsten würd ich mit dir grufen. Mit ist halt der T1 weg. Ich würde die auch auf Trakkar sehen. Also am liebsten würd ich halt mit dir groupen. Ich kann die halt übel halt poken. Und wenn du mir voll abkippst. Ja, also du bist jetzt halt grad. Also der ist deutlich stärker als ich grad. Der hat grad seine stärkste Spielphase. Na, das stimmt schon. Ja, ich kann, also ich, boah. Boah, superschwer. Also ich kann das oben halt gegen den Halten. Also ich mach halt nicht viel mehr außer ein bisschen CC, ein bisschen Slowen, ein bisschen Damage. Ja, das Ding ist halt, da muss ich mich ja schon wissen können, wenn die wollen. Der hat halt schon Muramana, wirklich. Ich würde aber nicht trotzdem Pressure weiter, ne? Weil... Ja, klar. Kann ich dir nix machen. Wie gut hier oben wird uns das mal best. Ich geh top. Ja, er ging Seratmitte die Wave höchstens annehmen, aber der kann ja jedes Mal rotieren. Ich hab den jetzt. Ja... Wir können chasen, wir chasen, wir chasen. Wir chasen Seratmitte auch musen, ne? Der hat nichts ab. Darf man das auch so? Ja, da. Guck mal gar nicht hier unten. Egal, wir haben einen Flash bekommen von dem. Ah, sorry, Kutsch, das hab ich irgendwie nicht realisiert, was du da für ein Play... Ja, ja. Was, wenn wir Bots zu dem Maukei-Moven, wir haben jetzt gerade... Ich move jetzt gerade mitlein? Wenn Johnny jetzt die Mitte auspush, wir haben Top-Push, wir haben Mitte jetzt... Ja, okay. Ja, wir können doch Bot hin, wir können den jetzt sofort ticken. Ja, wahrscheinlich. Oder nicht? Ich kann den mit der Ult vom Tower wechseln. Die Moven aber auch, die Moven schon, die wissen das. Und gar nicht aufzuhören, sind wir hier. Noch ein Ritterzahl. Der verpisst sich ja schon. Okay. Ja, Astrid ist auch noch Top. Schöner Coyle. Nice. Ich hab jetzt noch Black-Crew, weil ich ruhig seit kurz, dann... ...contest mit Infernal Drake. Ja, dann können wir den Hevels vielleicht so benutzen, wenn wir ein Special haben. Pass auf, Jarman an der Seite bei euch. Oh. Ihr müsst da raus. Ich bin auch noch da, ne? Ja, das auch. Ist auch ein Lethalty-Java, ne? Also der macht lächerlich viel Damage, aber stoppt auch ziemlich schnell. Muss ich jetzt Top? Ja, ne? Ich kann... Ich weiß nicht, wir geben den halt Free Vision, obwohl Ezreal Top ist. Ja, wollte ich auch grad sagen. True. Hey, komm, komm wieder zurück. Leute. Ah, es geht ja. Okay. Komma. Ja, sorry. Ich weiß noch, was hier geht, aber eigentlich dürfen die das nicht. Ja, ja. Ja. Ich hab gar nichts kaputt. Ja, genau. Mit Harald. Noch ein... Mit Harald. Wir werden uns jetzt wahrscheinlich von der Seite ein Geldchen wollen, oder? Ja, Javan. Javan, auf Javan, auf Javan. Ja. Ist's net? Ist es NERD? Ja. Cirra das Harp. Unten auf Maukay? Maukay ist alleine. 4 Sekunden W. 4 Sekunden W. Dann... Oh, okay, nice night. Direkt break, oder was? Passt auf, nicht gezasht er. Ich bin auch bien gettchen, ja. Wird ihr alle zum Raek? Ja. Ich hab ein bisschen reingepuscht. doch geht die pink hier es ist lieb dann was wir mal holen aber mal feiten das lieb Jabben, 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 Jabben. Nice. Maokai, Maokai, Maokai. So in die Runden kommt der Tack. Das ist doch nichts alter. Könnt's machen? Weiß ich nicht. Das ist mein Ding. Ich hab in 4 Sekunden auf Ultimate. Den on Board. Ich hab nix. Ja, das ist super für den Feld. Und da geht der Solo nachgestorben. Ich hab Ulti für den. Ich glaub nicht, dass die Jabben mich so hat. Ja, ich komm, ich komm. Okay, Damage plus Jabben, Damage reicht. Ich glaub Teamfight 2i easy. Ich hab mir so hart engaged und die ist nicht runterfolgt. 600 hab ich nicht mehr. Haben die jetzt Wissams geused alle? Äh, Serath keinen? Serath hat einen Flash auf jeden Fall raus. Äh, Jabben hat geflasht. Ne, ne, ne. Doch, doch, doch. Der hat euch hier geflasht, um zu gehen. Ne, der Dom hat's halt geflasht. Oder hat er eine Combo gemacht? Mauke hat auch geflasht. Mauke hat auf jeden Fall geflasht. Ja, Mauke hat auf jeden Fall geflasht. Der Leif ist sicher, dass Jabben nur Combo holt war. Boah, holy shit. Also ich krieg auf jeden Fall immer wieder ein paar Snipes raus. Wir müssen ja gucken, was wir damit machen. Ich versuch das bisschen zu callen. Wenn du da in Snipes hinterher setzt. Ja. Also ich muss quasi ein Zeitfenster überbrücken, wie ich mein Cue wieder abhabe. Scheiß egal, ob du dann den eh auslöst. Hat der Harry Wien nur Headbuff gegeben? Ja, ne? Nice, genau so. Push-Mitte, Push-Mitte. Alter, ist das lächerlich. Weil sie hat halt sogar Flex-Shield draufgegeben. Du wirst nicht so auf Jabben aufpassen, dass er uns nicht hingeht. No wave. Ich mach mal Ult an. Dann sehen wir, wo die sind. Ähm, wir haben hier. Ja, ich komm. Ich hab er, ich hab er. Ich hab Ghost an. Pass auf hier. Ich hab ihn dabei. Ich hab ihn dabei. Boah, das war nicht Gottlag. Können wir Nash? Ja, ja. Super loader Jabben. Können wir probieren, ja? Supporter-Stat. Die haben keine Wissen. So, ich poke oder? Nicht die Ward machen. Nicht die Ward machen. Ich will da mal rüberjumpen. Boah, ne sollten wir nicht machen. Wir gucken einfach mal, wenn hier. Können wir re-engaging sein. Können wir re-engaging sein. Wir können ja mal machen, wenn die kommen, können wir re-engaging sein. So ein Übersack. Erst muss raus. Wir sollen die Trouble Officer down. Wir sollten raus. Okay. Oh, hier sind. Shit, Alter. Wollen die den jetzt? Ich bin super low. Wir haben keine Mütter. Die werden den wahrscheinlich gestatten. Also ich hab TP, ne? Um 30. Ne. Sieht nicht so aus. Entnehmen mit T-Tier 2. Ich werde die halt auf zwei Karten-Stanze einfach aus. Ich nehm den Blue, weil dann so nehm die DNA. Oh, ja. Ist okay. Oh, what? Okay, jetzt müssen wir den Gnasher aufpassen. SWJ4-Move. Nice. Good job. Ich bin jetzt... Oh, die ist übel low. Oh! Nice, Flash. Der kann Flash dem, okay. TP auf die Midlane. Ja, Sekunde W. Ich hab Morgana. Nice, mit dem auch. Jawoll. Ich komm von hier. Ich komm von hier. Ja, ja, ja. Der ist nervt, der ist nervt. Nice, watch. Ich komm da noch hin. Neun Sekunden W. Fünf. Ich komm da nicht hin. Lassen wir schon mal, oder? Ich bin relativ low. Ich hab keinen Zweifel. Lass nicht, lass nicht, lass nicht. Gott, das ist ne dicke, dicke Wave. Warum hast du denn keinen Home Guards? Ich geh hier für den Javan. Okay, die wissen das. Willst du die Solar? Ja, ne? Ich bin halt super behind XS. Tut mir gut. Ja, ich bin witzigerweise most farmed. Jo, wo kommt der Farmed nur her? Ja, ich hab den Botlet W. Die ist ja fein. Ich kann halt nicht auf die Sideline gehen. Das ist völlig fein. Ich hab halt aber auch überlebt, so ne? Ich hab halt zwei Toten. Ja, ich hol jetzt Dings. Ich hol jetzt W. Wir brauchen wieder ein bisschen Pings. Boah, auch gleich wieder Pings. Ich clear noch den Dings hier. Dann back ich nochmal. Und dann hol ich noch Pings. Ich glaube, das ist ein Problem. Ich hab eine Redemption, wenn ich in den Nightmare komme. Ich bin bald da. Ich dachte, ich kann nichts gern, aber. Du wärst wahrscheinlich Nash'n, oder? Du wärst wahrscheinlich Nash'n, oder? Ja, der Punkt. Das müssen wir jetzt irgendwie schaffen. Ich hab die P-Up. Ich hab Ult ready. Ich mach Ult an. Ich hab Blut Trinkets. Ich hab Morgana One-Shotten sogar theoretisch. Alter, Alter, was? Ja, ich hab's ja gesagt. Draktar fucking Rengar. Ist gar nicht anbelast. Mau, 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 mau. Die haben wir. Nice. Wir können sogar Nash' machen. Ich kann die über den TP, ne? 10 Sekunden. Hier ist noch Wards, hier ist noch Wards. Mhm, nicht wirklich. Im Super Lobby-Cring den. Und nicht- Oh, der ist anders. Hier, müssen auch keiner. Der hat keinen Flash. Aber lass einfach die Flash. Ey, noch nicht Pullen. Erst auf Kevin warten. Du brauchst deine Heels, Kutscha. Die haben jetzt kein Jungler mehr, das ist Du musst tanken, du musst tanken Wenn ich so um die Decke will machen den Ich kann hier nix so und ich bin superloch Okay dann machen wir den einfach Komm, komm rein, komm rein, fit Aha What? I have a plan, sorry Du hast gar nicht gesehen, dass der schon da ist Versuchst du Johnny zu kneiten Ne, sorry dass er boost ist Ich bin raus, alle raus, so wie sie können Wenn er rauskommt Schade Ah Ist ok, ist nicht gut Ich kann nicht trennen sein Das war my bad Heilige Scheiße Die können wir noch contesten Ah ne Ich kann die auf jeden Fall gut abfucken, aber Wenn Jarvan da im Jungler Nein, ne der ist tot Ich glaube der kann mich nix one-shotten Jetzt, jetzt, ja Kannst du vielleicht steal? Ah ne der ist ja noch nix Aber machst du nicht mit MaxRangeQ mehr als Smile Könnt ihr die halten so? Weil ich bin ja relativ schnell aus der Base wieder da Die werden die wahrscheinlich waschen Aber mal gucken Ich hab auch ne Ult Maokai ist nach oben an der Seite hier Ich beeil mich jetzt Doktor erstmal Bodyblocken Nice Oh ich bin ge Der hat keine Ult Ich aber auch nicht Ich muss raus Kommt maokai Oh fuck Kann mir behelfen? Ich brauche ich kein RIP Ich brauche das natürlich Ich brauche das natürlich Ich bin ja nicht 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 Ich hab mich wieder catchen lassen Ich war zugehe ich bin ja schon drag auch Welches Glory Maoka ist so dumm Ich ripp mich einfach down Werben bei euch an der Seite Ja Ulte den 30 wieder ab Ja ich kann nicht so Ulten Wenn ich so Ulte kann der Xerat einfach auch Ulten Naja Aber Denkt halt dass im Normalfall der Xerat halt Pressure Ja ne deswegen meine ich die Ult war halt grad bad deswegen Weil das einfach viel machen konnte Ich bin nicht gut das Game Alles gut Alles gut I try Es ist halt ganz leicht der Hit aber Konzentriert euch wir gehen mit dem das Game Ja man Ich bin mir sicher Das ist der Underkey den ich sehen will Ich hab ein 1 Mord Riker habe ich Werbos Ghostblade Na Das ist nicht wahr Ich squish die Targets woher schau dich mit den Items Wir holen Pinks oder? Jo ich holen jetzt auch Pinks Oh hier ist ein Hier ist ein Blue Buff Ey Sturl ist Topside Können wir den Javan? Der hat GA Aber können wir was dazu Hier ist Ezra Hier ist Ezra Ich komme aber Der hat auch GA Der hat auch GA Die haben grad 2 GA's ready jetzt Ja wir müssen aufpassen eben Wir werden Top gehen oder? Dexerat hat da wirklich keinerlei Death Items ne? Hier ist noch ein Pink Äh noch ein Wort Hier ist noch einer Javan hier Der ist alleine oder? Der ist alleine oder? Einfach auf den Javan Javan kann Flash auch Nice schöne Bappe Javan Ich hab morgana Seid 4 gegen 4 Ne 4 gegen 3 Egal egal raus 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 Ich hab grad den Call reingehört irgendwie Egal einfach raus 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 Das war wieder 2 für 2 ist nicht so tragisch Ich dachte wir fighten da und ich wollte halt versuchen unbemerkt in den Busch zu kommen, mit der Pflanze. Ob ihr da ja dann alle disengaged seid, sah das ziemlich toll aus. Ein bisschen. Ich kann bot-gain, ich hab TP ab. Ich one-shotte die Morgana easy mit einer Combo, also bin ich easy. Wollen wir stopp? Wollen wir stopp? Ja, ich muss stopp. Kannst du mich über den Serath one-shotten als die Morgana? Morgana steht die ganze Zeit davor. Ja, okay. Ich cover, ich cover. Also I try so, aber... Kein TP. Okay, interessant. Die Botlane ist halt am pushen. Soll ich denn TP? Nein, nein. Ach, ich renne Bot. Da kommt noch ein S für. Was hab ich grad... Was hab ich grad nicht mitbekommen? Passiert, Jungs. Ein paar Fokusen und dann holen wir das Ding nach Hause. Ich werd nicht mehr kaufen soll, leider. Wir müssen eine Wave klären gerade. Ja, so bist du bald Full Build. Ich hab noch zweieinhalb Items vor mir. Das sind doch mal gute Neuigkeiten. Sorry, sorry. Kommen wir? Waren das relativ blau? Ich hab Ult. Waren das du? Den. Gehen. Können wir auf den Seerath dann drauf? Ja. Könnt sein, dass ich in Trouble bin. Na, ich glaube du kommst raus, oder? Bin Xerath? Oh. 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 Oh, schönes Ding. Oh, der Heelalter. Oh, Baby. Das ist eine richtig gute Kombo, wenn wir die nicht hatten. Hier, hier, hier. Vorsichtig. Nein. Ich mach so wenig Tempschen. Ich komme Bot. Woll den 40 wieder ab. Du willst vorher kennen. Musst du die Ballons töten, damit du den Spell bekommst? Ja. Oh, ist kein Ding. Hier liegen genug rum. Wie ist ein Xerath? Zehn Sekunden Ulti? Ich komme. Oh, was zehn Sekunden ist. Aber du checkst es nicht. Okay. Fünf Sekunden? Könnte zu lieb sein. 30 Sekunden add drauf, oder? Das ist jetzt auch noch zwei. Oh. Oh. Ich habe einen Backflash. Ich bin halt ein denkbar ungünstiger Kandidat dafür, die bei mir jetzt zu pushen. Sorry, Bot. Leider 16. Ah, du kriegst Money. Jo, ich brauche halt echt auch dafür. Oh, wir haben mehr Zeit. Okay. Top ist eine riesen Wave. Wollen wir den Drake crushen? Wollen wir den Drake crushen? Nash ist auch ab. Wir brauchen erstmal einen Mid-Controller. Ich glaube, das ist huge. Also einer wird top gehen müssen. Hier wird schon mal Sachen machen. Ja, lass mal machen. Alles kalten... Wer hat nix für? Jaja. Ja, kommt aber nix für. Jaja. Wollte den Loschen wollen. Seit ich, ne? Der Blooddrink ist? Ah, bitte, was? Kostan? Ich habe 800, der Mist von der SOS gekriegt. Ja, war's knack. Ich hab'n Blooddrink-Git-Ready. Wave da rein. Ich bin doch nicht in der Ult. Javan ist hab. 2.000. Nice! ich kann nicht ich kann mich nicht bewegen ich kann nichts drücken was ist das es war alles ausgebild ich kann nicht finischen falls doch ein maul weiter wir wollen nicht sich finden können sorry aber keine ahnung was das war 15 sekunden holt ich gebe es kommen dann 25 bin ich am start 15 bin ich da 15 ich habe 20 ich die kümmerung dahinter aber schauen was passiert ich habe 20 sekunden wir werden ja wohl den 17 hab den ist fünf sekunden ulti ich gebe es und komme tp okay ich tp nicht die war irgendwo noch irgendwo und holy shit ist das intensiv alter der japan hat jetzt kein GA kann ich die wave jetzt richtig gern GA ja mach vergesst nicht ihr könnt noch upgraden ne du kannst danach noch upgraden ein item davon glaube ich stimmt ich glaube sterax kannst du upgraden wenn ich mich nicht mehr auf Blackleaver auch oder? äh Blackleaver manche könnte ich irgendwer von meinen items ne ne aber sonst kannst du kann ich nur eine sache upgraden? oder sonjas ne ich nur Blackleaver geht Sterax gehen boh actually 300 gold für meinen GA ach verstehe ich habe gerade gut was gemacht da warst du es dann los ich habe Morte ich habe Volt ich habe Volt ich habe Voltstar 2k wenn ich auch voll groß der ist noch keinmal gestorben der ist real ok und vor allem ich habe den Ganty schon 8 mal mit dem E getroffen so aber der ist dann einfach geht dann immer weg und ist ein halber Volt draußen kommt wieder und macht 6000 Millionen Damage 100 gold GA ok ok topste große Wave ok ok 2,50 ok ich habe immer noch bisschen Nash Buff so Leute Mitte runter ich habe noch mal neue Worts ihr habt gar noch kein TP also man sollte ich da wahrscheinlich nicht so reinspringen wie ich gerade reingespringen bin ich sehe mich bei Mitte runter E-Sport gerade wenn Kevin Flanken kommt warte noch mal mein Top wir haben halt eine saugeile Komme mit Ornhold im Tsunami und so ich stecke kurz eben Zero Top boah shit was denn ist im System ist perfekt für uns mit den E-S ich glaube jetzt brauche ich pass auf pass auf pass auf pass auf pass auf du hast hier noch gesehen aaaah die haben wir 1 for 1 Xerat hinten an der Key Steve nice ich komme ich komme mit der Ultimate gleich ist bis jetzt 2 for 2 nicht geil komm Option Ezreal ja 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 ihr seid nur noch zu 2 oh Solo hat überlebt ah ist die Frage ob ich überlebe holy shit alter das war ein Tast das geht mich mental aber ich glaube nicht dass sie wafeln können oder ich glaube nicht dass sie finishen können oder ne ich bin Johnny ich hab 300 armor fucking 3 kitespielen und der Team schreddet aber der wird nicht stärker ne ich bin so richtig kalt von dem Game jetzt eh ein Fight Leute ich bin die 20 Sekunden ab mit Ul naja die Becken raus das ist diese Rod da oben ist halt op ok wir müssen jetzt den Drake Vision aufbauen ich hab 2 Pinks Xerat übrigens kein Flash jetzt ne das ist geil das ist eigentlich ziemlich essential der ist oben gerade ich hab auch kein Flash so 400 hab ich static ja Xerat ist oben Drake Pit Control holen kein TP noch wenn ich lebe 30 hab ich ult mein Ult hat er grad nur 35 Sekunden früher Xerat hat immer noch kein Death Item und kein Flash ne yes der ist Wecold jetzt oh der S-Trail ja die ist mit der der S-Film guck mal in die ist die die werden älter gehen die werden älter gehen die werden älter gehen die geht Müssen wir jetzt mit leben, wir müssen alles außer nächstes Türme aufgeben auf jeden Fall. Gucken, vielleicht können wir ein bisschen Zeit raus holen, ich hab noch ne Ult. 3 Hips sind auf jeden Fall weg. Jajaja. Wenn die nicht finishen, können wir schon glücklich sein. Ja, er hat ihn, er hat ihn. Nice. Wann hast du Ultimate? Jetzt. Ich höre meine Ultimate auch ab. Wollen wir rein? Warte, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen v-off raus. Okay, nice, wir kriegen einen kleinen Hips da. Hast du was? Nice, ist gut. Oh mein Gott, ich find sie rot. Oh mein Gott, ich find sie rot. Ander keyst drin. Ist das low? Alter, der ist real low, live. Okay, in 5 Sekunden bin ich ab. Die sind übel. Ich komme. Oder rechts, oder? Den hast du, den hast du crit. Go, 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 go. Ich halte nicht, ne? Entspann euch, entspann euch. Nehm die Mittleren. Der hat immer noch. Oh, der Spiegel. Deluxe. Du hast ein Blade? Du hast ein Blade? Du hast ein Blade. Du, King. Nice. Könnt ihr Elder gehen? Zu dritt? Ja, ja, ja. Ich muss erstmal Base. Ich bin 300 HP. Eigentlich ASV Q, ich bin tot. Den Nami Heal. Kann ich heilen. Ist euer Call. Ich find's risky, aber ist euer Call. Wir haben keinen Safe in CC für den ASV, wenn der uns jetzt outplaygt. Ich hab da... Oh, ich hab nicht gesehen, wo er scheiße. Da. Das sieht man. Ja, ich hatte... Nee, ich komm da ja nicht ran. Doch. Ist egal, ist egal. Ist jetzt... Es war ein Elder, 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 Elder. Elder ist der Call. Wie soll ich denn da rankommen? Xer ist auch ab, also. Ich weiß nicht, wie er das machen wollte gerade. Mit dem Elder Call echt Whisky. Kann gleich die Pin in 10 Sekunden, aber das dauert noch. Okay. Ganz los. Der hat keine Vision. Der hat eigentlich keine Vision. Weiß. Ich hab jetzt die Pin. War die letzte war die letzte. Ich muss unbedingt base. Okay. Wir setten einfach. Ich muss nur gucken, dass die die nicht waschen. Die werden die waschen. Ich hab GP. Ja, die pullen in die Pullen. Könnt ihr... Wir bleiben oder nicht? Nee, ich hab 300,5W. Ich komm sofort mit GP. Die haben wir abgebrochen, oder? Die haben wir abgebrochen, oder? Nee, da kann er auch stehen. Nee, 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 noch nicht. Aber wir haben... Homeguts. Sind wir noch dran? Doch, die... Ich poke. Wir GP'n beide vor mit Lame. Ja, ja, ja. 4K, 4K. 3K. 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 Ich hab Drake. Ich hab Drake. Ich hab Drake. Kited back, kited back. Front to back, front to back, front to back. Wir müssen den S wegkriegen. Ja, klar. Geh los. S zum J. Toplane ist super. Alter, ich hab keine FPS mehr. Dealen. FPS sind einfach nicht mehr da. Ja, ich hab auch keine FPS, Alter. Spiel mal Zui. Alter, das ist, glaub ich, der fünfte Buff gefühlt. Okay, nee, 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 nee. Alter, die Tower fällen, beide. Nice. Gehen die Baron trotzdem wieder, ne? Wahrscheinlich. 30 Sekunden wieder ab, ne? Ja, machen sie aber. Jetzt kommt mein Ultimate-Steel. Richtig. Die haben keinen Jungle, die haben keinen Jungle. Du halt, du halt, du halt. Ich hab gleich W ready. 9K, 8K, 7,5. 5, 6, 5, 4, 3, 1, jetzt, 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 jetzt. Oh, close. Oh, der S ist so low. Hätt ich mir meinen, ich hätte mir meinen, wir warten sollen. Aber fuck, wenn der S vielleicht noch gekillt. Also der S hat kein... Frontline-Töten funktioniert auf gar keinen Fall. Frontline-Töten funktioniert nicht. Der S hat kein, kein GA. Okay. Ich mach den Maukei mit meiner, mit vier Schüssen nicht mehr. Ich hab jetzt die GA wieder ab. Und in 60 Sekunden auch Flash. So, aber wir mal gucken, dass wir was gecatcht kriegen. Wir haben auch immer nur Elder, ne? Wir sollten eigentlich fighten. Ja. Wir haben, wie gesagt, Ultimate und du gehst einfach auch Xerath, Alter. Und dann... Eigentlich tot. Der Typ hat keinen fucking Sonjas. Ja, ja. Agreed, agreed. Der so hat auch keinen GA mehr. Xerath, Bot. Ja, wir müssen das alles. Alarm, Vorsicht. Wir müssen halt mit. Oh, close. Ich dachte, der S blockt und dann... Ich geh mal kurz Toplane ein Ding stellen. D-Rot. Oh, noch einen Moment. Die Serena. Ich geh nie heim. Ich hab den S. Wartet. So, ich könnte jetzt rein. Ich könnte jetzt rein. Warte, 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 warte. Ich bin noch nicht in Range. Ich bin noch nicht in Range. Ich bin noch nicht in Range. Ich hab die Morgana. 5W, 5W. Ich hab sie. Ich hab sie. Let's go, let's go, let's go. Ich bin super low. Ich bin super low. Ich hab ihn nicht. Ich hab ihn nicht. Nice, nice, nice. Endless shit. Komm mal in Redemption. Bleib in Redemption. Spiel das sicher. Okay, okay. Get fucked, alter. Aaaaah, weiter, 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 weiter. 5 Sekunden W, 5 Sekunden W. 2. 2. Du Hurenzonen. Nice. End, Mitte. Hol die Wave. End, end, end. Lass ihn einfach nicht back gehen, oder? Sagt mir, wenn die Asteroid kommt, oder? Einfach Wave, Mitte, Mitte, Mitte. Ja, ja, ja. Ihr habt 40 Sekunden Zeit. Nami 20. Dann ist der Arcade. Lass mich an mich von Küchen treffen lassen jetzt. Oh, sollte passen so. 5 Sekunden auf. Ich mach mit 4em Schloss aus. Wir können nicht enden. Oh, fuck, ey. Holy shit. Noch einen, noch einen, Leute. Ezreal. Alter. Jürgen, der ist 21, 9, 14. Der ist richtig. Der will die 20 Euro, alter. Der will die 20 Euro so hart. Alter, ich Idiot hab immer noch nicht upgraded. Alter, was ist mit meinem Busy Rob? Ich hab hier jetzt erst Black Cleaver upgraded. Komplett Idiot. Oh, ei, 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 ei. Ich hab da erst so... Ich brauche 60 Gold. Ich brauche 60 Gold. Gib mir hier irgendwas. Ja. Ich muss woanders recorden. Ich hab jetzt noch mal 100 AD mehr. Superface. Also einfach das Word. Ich hab noch einen Mika jetzt. Die gehen mit. Die gehen mit. Die gehen mit. Passt auf. Ja, ich muss. Ich muss recorden. Die haben uns interrupted. Der hat sich da 1G mehr getroffen, alter. Du, wär der Ringer, wär der Dings direkt gestorben. Aber der hat jetzt Sonjas übrigens, ne? Alter, ich hab so Schiss vor der XRF. Oh, ja. Kommen wir bitte. Der hat der Sonjas, ja. Der hat kein GA. Wollen wir da rein? Wollen wir da rein wieder? Ich hab den erst. Ich geh rein, ich geh rein. Ich geh rein, ich geh rein. Es wird, es wird, es wird super low. Es wird, es wird. Der ist wieder. 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 Ja, nice. Go, 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 end. Wir sind jetzt 5, wir sind jetzt 5. Diesmal können wir das ändern. Holy shit, alter. Aber bleib konzentriert jetzt, ne? Bleib zusammen, bleib zusammen, bleib zusammen. Ich hab 10 Sekunden ult. 10 Sekunden ult. Wann du? Tim? Äh, 14, 14, 14. Ich hab ein 30. Ah, mein Zero kann's nicht halten. Zu viele. Ah, mein Zero kann's nicht halten. Können die, können die Backdown? Können die Backdown? Können die Backdown? Können die Backdown ein bisschen schneller. Okay. Den hier war vielleicht sogar probier. Die Kraften die Minutes? Meinst du die Road an? Ich hab Ultimate ab? Nice, dodge. Aua. Kling so. Ich hab 5 Sekunden ult. No way, alter. Wir müssen aus. Das gibt's nicht. Der TP, der TP. Alter, no fucking way. Nur splitten. Der hat abgerollen, der hat abgebrochen. Ich hab ihn abgeworben. Achso, oh mein Gott. Holy shit, du bist ja einfach. Du spielst 4D Schach, Alter. Oh, dieses Game. Du musst trotzdem treffen, ne? Ja, ja, ja. Ich glaube. Alter, ich kann nicht mehr. Keine Ahnung, wir gewinnen die Scheiße jetzt, Alter. Wir gewinnen die Scheiße jetzt. Ich treff den S halt mit 1000 E's, so. Irgendwann stirbt der. Der Ehrt halt jedes Mal so, dass ich ihn nicht mit dem E treffen kann. Das ist so bitter. Also, wenn du den E triffst. Das Einzige, was ich jetzt im T-Fight mache, ist ein vierten Schuss Flash auf der S wir suchen. Ne, wir gewinnen den Teamfalls auch gerade alle. Vor allem sollen wir was ändern. Ja, wenn der Tod ist, dann müssen wir es gehen. Group mit, wieder. Group mit. Ja, aber, ne? Wenn Schief geht, fliegt was. Ich hab 15, 15. Ja, wir müssen mal an. Warte, 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 warte. Kannst du den Blue? Kannst du den Blue? Kannst du den Blue? Habe ich den Blue? Habe ich den Blue? Ja. Wir müssen pushen jetzt halt die Dinger rein. Beide Indips pushen uns rein. Er ist in einer Minute. Wir müssen eigentlich eine Fight suchen. Mitte pushen sich rein. Wir haben auch mal eine. Hier schon noch ein bisschen bottom auspushen. Ich push top gegen. Irgendein besseres Item, was ich kaufen kann? Irgendwas, was man upgradeen kann? Wegen Ornn. Ist das vielleicht broken? Infinity Edge, maybe. Ich meine, der erste Hit kritzelt bei Rengar. Ja, und. Was macht denn das bessere Infinity Edge? 40 AD oder so? Einfach mehr AD. War 20? Ne, 40 AD mehr. Okay, okay. Wie wollen wir rangehen? Hier ist ein Red. Ich nehm den, glaube ich. Wir haben Ornn ult, ein Toonami ult. Die gehen zum Nash. Wir müssen da fighten. Ja, ja. Oder wir gehen Mitte durch. S hat wieder GA. Ich würde auch Mitte durch, ja. Die brauchen noch 45 Sekunden. Aber pass auf, Kevin ist noch nicht. Kevin, du musst groupen, du musst groupen. S, S, S und hab kein E. Hab ihn. Ah, GA. Nice, nice, nice. Javan, 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 Javan. Ich hab ihn gebubbelt. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Schillen, 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 schillen. Push mit, push mit, push mit. Ja, ja, ja. Push mit, push mit. Ich hab Magana. Nice, nice, nice. Push mit, push mit. Ich hab Xerath und hier. Ich glaub nicht. Alter, wie viel E.S.W., da schlucken die Fotze. Die schlucken mehr als die Nutten auf dem Fotze. Wann hast du wieder Ultimae? Ich hab noch Ultimae. Ich hab noch Ultimae. Ich hab noch Ultimae. Wann hast du Ultimae wieder, Tim? Äh, 25. Dodge Game, Leute. Field Dodgeball. Der hat immer noch an, ne? Noch 3, 3, 3 noch. 3 noch. 3 noch nicht vergessen. 20 Sekunden Ultimae hab ich. 3 noch. Immer noch 3. Nein. Ne, ne, der hat abgepumpt. Ich hasse das, dass man das nicht sieht. Mit den Hipp und Nash? Ja. Wann hast du Ultimae? Okay, was? Huxera hat Summoners? Ich lohn' die. Ich glaub schon. Warte, Ultimae kommt auch gleich. Double. Ultimae kommt. Rae, Mauka, Dings. Können wir den Mauka nehmen? Inip, inip, inip. Inip, inip, inip. Nicht stehen, nicht stehen. Ich bin safe, ich bin safe, ich bin safe. Ich glaub wir können das, ää, die Java lebt, Java lebt. Wollen wir enden oder Nash? Die haben nur einen down, die haben nur einen down und wir können nicht mehr finischen. Javan? Ja, ja. Nene, ne, ne, ne einer muss base. Einer muss base. Einer muss base, ich muss base. Einer muss base, ich muss base. Einner muss base. Wir werden uns in Japan wollen. Ja, ich EDI einfach bisisieren. Können wir trotzdem less machen? Ich hab die Pi und sowas. aber ich kann hier nicht weg die pin sonst ist also ich kann jetzt ich habe ihn go 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 wir sind low, Javan ist low, Azul ist low, wir sollten Nash machen einer kick ihr tem fuck musst du callen call das bitte nächstes Mal ich habe ein oh nice nice ich habe beide ich tp, ich tp, ich tp, für Ulti ahhhh ahhhh oh ich habe irgendwie getroffen wir haben keine minions, wir haben keine minions doch, top, wir können das in ja, aber der hat nichts mehr über dich wir können einfach redemption ihr Xerath geht auf den Turret Turret, 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 einfach Turret Turret, 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 Turret nein, könnt ihr blocken alles gut, alles gut da ist es unten, das geht, das geht, das geht wir haben auch keine minions halt eine wave noch, eine wave noch ich habe immer noch vierten Schuss Flash ich habe Ulti made up aua Turret, 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 Turret Turret, 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 Turret nicht das game bloßen nicht das game bloßen, nicht das game bloßen ich bin dead, ich bin dead alter der ist immer noch unter Trouble, ne die sind jetzt alle ab die sind jetzt alle ab 8 Sekunden ult der meister kann ich nicht sterben der muss wieder burnsteam was für ein Stil geht Tim geh ich renne schon mal hoch wir könnten auch Eltern machen als Trade das ist nicht worth, glaube ich sind diese ich habe mich aufgedeckt ach du scheiße kannst du mir helfen? du hast auch so viele Base-Möglichkeiten hier überall ich habe ja gebasen ich werde ihn interrupten 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 sie sind halt jetzt gleich schon fertig der TP raus, der TP raus Opfer komm schon, komm schon, komm schon egal, einfach interrupten einfach interrupten come on Tim do it ja mach das, schaffst du du schaffst du mach es ich habe beide interrupten ja ja alter, ich habe erst mal keine interrupten bekommen alter, mein Herz ist doch mies alter, mein Herz mein Herz guck mal, du hast nur Auto-Attack alter alter, weißt du wie mein Herz pocht ja, jetzt stell dir mal das auf der Stage vor du musst dein Schiff verteidigen ich spüre das Blut wie es nach meinem Herz alter, mein Herz kollabiert gleich, Leute rief die Notarzt ich dachte echt, der hat sich den Seerad-Kibrak gefressen natürlich hat das Game verloren alter, als der als Anlakee da erstmal reingesprung ist wie so ein fucking Wahnsinniger ja, ich sag sogar noch nein, mach das nicht vor allem, ohne was zu sagen da sehen wir jetzt erstmal im Stream her haut rein, Jungs es ist es es